Warum flohen all die Afrikaner aus ihrem Land unter Einsatz ihres Lebens nach Europa? Welche politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergründe gab es für dieses alljährliche Flüchtlingsdrama? Was hat die Fischereipolitik der EU mit den menschlichen Tragödien zu tun? Blutfisch ist ein spannungsgeladener Polizriller von ungeheurer Sprengkraft und Brisanz. Verfolgen Sie selbst, wie eine ahnungslose österreichische Touristin immer tiefer in den Strudel aus Habgier und Macht gezogen wird. Wie sich ihr Leben Stück für Stück verändert und in welch unbekannte Welt sie die Liebe führt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017